Keiner weiß so wirklich, wie die Zukunft aussehen wird. Aber darüber reden können wir jetzt schon. Dafür benötigen wir die Zeitformen der Zukunft. Die gibt es im Deutschen genauso wie im Englischen, wo sie Future Tenses genannt werden. In diesem Video möchte ich dir einen allgemeinen Überblick über die Zeitformen der Zukunft im Englischen geben. Beginnen wir mit dem Will-Future. Das Will-Future drückt immer einen spontanen Entschluss, eine Vermutung oder ein unbeeinflussbares Ereignis aus. Zum Beispiel Es wird bald Nacht werden und du beschließt spontan, dass du deine Hausaufgaben erledigen wirst. Wenn du eine geplante Handlung formulieren möchtest, dann verwendest du das Going-to-Future. I am going to finish my homework. Das bedeutet, dass du bereits geplant hattest, deine Hausaufgaben zu beenden. Mit dem Future Perfect beschreibst du eine in der Zukunft abgeschlossene Handlung. Du nimmst dir zum Beispiel vor, dass du mit deinen Hausaufgaben heute fertig sein wirst. I will have finished my homework. Ich werde mit meinen Hausaufgaben fertig sein. Die nächste Zeitform ist das Simple Present. Moment mal, denkst du jetzt vielleicht, ist das nicht die Gegenwart? Ja, aber man kann das Simple Present auch benutzen, um zu sagen, wenn eine zukünftige Handlung auf jeden Fall feststeht und durch einen Zeitplan, wie einen Stundenplan, Fahrplan oder ähnliches festgelegt ist. Every day I finish my homework at 4 p.m. Ich erledige meine Hausaufgaben jeden Tag um 4 Uhr nachmittags. Zum Schluss gibt es noch das Present Progressive, das, ähnlich wie das Simple Present, auch als eine Zukunftsform gebraucht werden kann. Du kannst es benutzen, um über etwas zu sprechen, was festgeplant oder verabredet ist. Dabei musst du immer auch eine Zeitangabe verwenden. Du hast also den Plan, etwas später zu tun, es ist aber noch nichts in Stein gemeißelt. Soweit zum allgemeinen Überblick über die Future Tenses. Zu den einzelnen Zeitformen haben wir übrigens einzelne Videos, in denen dir noch genauer erklärt wird, wie sie gebildet und angewandt werden. Hi! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de